Damit haben die wirklich nicht gerechnet. Kaum zu fassen, wie wunderschön die beiden. Guckst du so? Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Ist was? Willst du Ärger? Guck mich nicht an. Ich schwör dir, es schlitzt dich. Willst du mich anmachen? Hast du mich angemacht? Hanf. Sie sind festgenommen. Hoch! Was machen sie denn jetzt mit uns? Wir nehmen Fingerabdrücke und durchsuchen ihre Wohnung. Aber zuerst... Was machen sie denn jetzt mit uns?